Hm, der Mann hat die gruseligsten Vibes. Mädel, brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Wie viel kostet ein Zimmer? 40 Dollar für ein Einzelzimmer. Ist doch ne Besenkammer oder so? Nur Bargeld. Ja komm, hier, ja, ja. Raum Nummer 9, direkt hier drüben. 90 Dollar, Tommy wird sich im Laufe des nächsten Morgens darum kümmern. Ja gut, machen wir auch noch. Gehen wir in den Schlüssel, kann Tommy das Auto heile machen. Gut, ich werde Tommy Bescheid geben. Und noch eine letzte Sache. Oh, jetzt kommt doch wieder... Pass auf dich auf oder sowas, ne? Versuch die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Das, äh, wie heißt du eigentlich? Wir nennen nicht Rod. Ne, wegen Roadway. Okay, bis dann Rod. So, Nummer 9, 1. Ja, so ein bisschen Lusche an, ne? Ist ja ganz schön hellhörig hier. Nummer 4. Ich dachte gerade, das ist mein Ende. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Äh, Nummer 9 ist denn wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? 5... Was haben wir denn hier? 5, 6, 7... Oh, 8, 9. Bruder, wo bist du? Ich bin immer noch ein Mädchen. Macho. So, Zimmer Nummer 9. Wir gehen erstmal rein. Können wir in Ruhe die Messages sortieren. Also wir haben Dad. Zwei Nachrichten von uns sind nicht rausgegangen. Wir haben Mom. Holly. Ja. Wieso gibt es diese Funktion, dass ich was eintippen kann, aber ich kann nichts abschicken. Also. Bruder, wo bist du? Dein Vater ruft mich an. Hm. Na gut, weil die Nachrichten nicht rausgegangen sind. Können die auch nicht nochmal schicken, oder? Oh, cool. Das sind doch die alten Folgen. Die habe ich damals auf Kabel 1 schon geguckt. Paramount Pictures. Das ist schon geil. So. Was semi geil ist, wieso habe ich hier kein... Machen wir hier ein bisschen Lusche an. Wieso habe ich hier keine Matratze? Also. Ähm. Das ist irgendwie jetzt nicht so cool. Wieso haben wir keine Matratze? Ich kann doch nicht auf diesen knüppelharten Lattenrost schlafen. Okay, hier haben wir noch einen Schrank. Was können wir damit machen? Uns verstecken. Oh. Und ich darf nicht laut sein. Okay, wir dürfen scheinbar... Oh Gott. Ich muss die Klappe halten, wenn ich mich verstecke. Das kann ich aber nicht mehr... Boah, Junge. Leck mich am Arsch. Was ich hier mache? Du blöder Wichser. Was machst du in meinem Zimmer? Boah. Den Tod des Lebens. Alter, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ja. Was machst du hier? Das sollte ich dich fragen. Oh Gott. Bei mir bockert alles, ey. Ich bin Tommy vom Zimmerservice hier beim Roadway Hotel. Dem schönsten Zwischenstopp in Norwood. Ey, hier die Straße runter ist mein Auto. Das müsstest du bei Gelegenheit mal heile machen. Wäre cool, wenn du bis morgen früh fertig wirst. Hm? Genau. Was hast du da drin gemacht? Du weißt schon. Sachen geputzt. Der Typ am Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. Okay, er lacht. Ich muss dich darum bitten, rauszugehen, während ich das Zimmer mache. Ich nehme nur meine Sachen. Willst du nicht schon mal anfangen? Ich finde, der Typ, der ist irgendwie, ist der nicht ganz koscher. Welche Sachen nehme ich denn? Ich habe doch gar keine Sachen mit. Jetzt muss ich echt rausgehen, wenn ich mich im Schrank verstecke. Das macht wahrscheinlich wenig Sinn, ne? Gut. Ich chill hier im Stuhl so lange. Hm. roadway in Motel. Muss ich auch die Tür zumachen? Ich soll noch meine Sachen nehmen. Aber welche Sachen? Tommy, darf ich da einmal... Würdest du dir was ausmachen mit... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr fröhliches Kärchen. Okay, ich kann... Aber ich kann hier keine Sachen nehmen. Ich habe ja nichts. Kann ich hier hinhocken? Und was mache ich jetzt? Wir haben es auch nicht nötig zu antworten, ne? Obwohl wir jetzt die Zeit dafür hätten. Okay, das ist in jedem Fall Tommy. Aha. Haben wir hinten ein Badezimmerfenster? Also könnte ich Tommy sehen? Ne, wir können da nicht reingucken. Ich gehe mal zu dem Typen in der Rezeption. Warte ab, das ist gar nicht Tommy. Fünf. Ach hier. Gegenüber, ne? Gegenüberliegend. Ach, das sind meine Sachen. Soll ich die schon mal ins Zimmer bringen? Ich hätte einen Energy-Trink gebrauchen können. Ach so. Ach so. Mhm. So, wir haben Cola, Schokolade, eine Soda, ein Stück Fleisch, Nussschokolade, eine erfrischende Soda, Bubbles, Karottengetränk, Orangengetränk, Milchschokolade. Eie, 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 hier ist ja richtig was drinne. Cola Energy, oder was war das? Ne. Ist vielleicht die Coke da mitgemacht? Ah, Energy, hier haben wir es doch. Energy Soda. Drei Dollar. Drei Dollar. So, also, so. Äh. Wollte es nicht. Was? Wollte was nicht? Habe ich jetzt getrunken? Ich kaufe mir nochmal eine. So, die Münze in den Schlitz. Verbrauchen. Da kam ein Trinkgeräusch. Wir haben getrunken. Gut. Äh. Wir können ja einmal hier gucken. Können wir Rod drauf ansprechen, was da drinnen passiert? Da drüben im Zimmer Nummer 9 ist es. Ja, aber da ist ja einer drinnen. Ich nehme schon mal zwei Sachen mit rüber da. Können wir das so lange schon mal umräumen, ne? Ja. Wie lange brauchst du noch, Tommy? Weil ich würde so allmählich würde ich mein Kram hier gerne reinräumen. Hm? Können wir noch reden? Ich habe mit Joe über die ganze Situation gesprochen. Was ist falsch mit diesen Leuten? Gnade, Gnade, Gnade. Aber mach dir keine Sorgen. Hier ist es sicher. Ich hole dein Auto. Und das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach. Wir haben versucht, es zu reparieren, aber wir haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Hehe. Aber eine gute Nachricht wünsche ich dir. Ja. Ich wünsche dir eine wunderschöne Message. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nachricht. So, äh. Eine wunderschöne Nacht wünscht er uns. Äh. Ähm. Der Typ ist echt creepy. Und sein Gesicht ist so mega gruselig, ne? Mit seinem komischen, aufgesetzten Lächeln. Boah, nee. Ich hole jetzt mal einen Scheiß, räume das alles ins Zimmer und verfluche dann, dass ich alles wieder zurück... Also... Dass ich zurücklassen werde. Okay. Okay, wir holen erstmal die Sachen ins Zimmer. Ah, neun, zehn. Er ist jetzt weggefahren mit dem Abschlepper. Jo, einmal müssen wir noch laufen. Ich hab immer noch keine... Hat der mir jetzt eine Bettmatratze aufgelegt? Ich glaub, ich hab immer noch keine Bettmatratze, ne? So, und das Hundefutter, ganz wichtig, schimpft Mama. So. Geil. Okay. Müssen wir vielleicht mal auf dem Pot ein bisschen rausdrücken. Duschen. Auch nicht. Wir stinken gerne. Unser Schweiß ist hygienischer als Dusche hier. Okay. Er hat uns auf jeden Fall eine Matratze aufgezogen. Das ist schon mal nett. Ganz schön groß, der Schrank, ne? Ja, aber es freut mich. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen bequemer jetzt, als das Lattenrost. Einmal ein? Okay. Nenne es Vorsicht, aber an diesem Ort war etwas sehr abwegig. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Woran hast du es gemerkt? Dass dieser komische, creepy Typ da durchs Fenster geguckt hat? Jetzt komme ich hier wegen meinem ganzen Kram nicht hin, ne? Wenn das meine Möglichkeiten sind, mich hier einzubarrikadieren, ich nehme sie an. Oh, laughty Käppi. So. Okay, hier ist aber keiner mehr. Ich kann jetzt keinen sehen. Aber wieso ist hier das? Also Punkt A, wieso ist hier Wasser gelaufen? Punkt B fällt mir jetzt gerade auf. Wieso habe ich hier kein Waschbecken? Ich sag doch, das ist ziemlich unhygienisch hier. Ich habe gerade so einen Schiss gehabt, den Schrank aufzumachen. Hm. Rausgucken wollen wir eigentlich nicht, oder? Dass wir also vor die Tür gehen wir nicht, ne? Der ist weg. Ich weiß nicht, ob ich die Tür noch freiräumen sollte. Falls ich die brauche, weißt du? Zum Weglaufen. So. Okay. So, da haben wir auch noch Platz. Ah. So räume ich zu Hause auch auf. So. Äh, wollte nicht mehr schlafen. Wollte nicht mehr schlafen. Nur Kaffee hilft mir, wach zu bleiben. Ja, achso, hier ist das Waschbecken. Oh Gott, bin ich doof, ey. Ja, Kaffeemaschine haben wir hier nicht. Muss ich einmal rüber gehen. Wo ist der Typ hin? Wieso hat der so komisch am... Der hat ja auch die Hand so am Fenster gehabt, ne? Okay. Ein Kaffee. Wir haben eine Cola. Wir haben... Was ist das? Chocolate. Soda. Meat. Nuss. Orange. Ist vielleicht der Energy gemeint mit Kaffee? Wir probieren das einfach mal aus, ey. Wir gönnen uns noch ein Energy. Ich dachte, hier ist vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein, äh, diese Kühlschrankkaffee ist drin, ne? Hm, das zählt wohl nicht. Kriegen wir hier drinne Kaffee? Moin, Rod. Äh, du, hast du eine Kaffeemaschine hier irgendwo? Das ist schön, mit dir zu reden. Ähm. Hm. Vielleicht war ja auch der Energy damit gemeint. Alter, bin ich schnell. Nur Vollz nicht. Okay. Nur Kaffee hilft mir wach zu bleiben, aber die haben keinen Kaffee. Krieg ich denn jetzt hier einen Kaffee her? Da ist ja kein Kaffeeautomat. Also wir können den Energy holen oder eine Coke, ne? Da wäre, das wäre jetzt beides Koffein. Oder die, die Cola halt auf jeden Fall. Ich hatte für das zu wenig Geld. Wie viel Geld habe ich denn? Dafür genug. Ich nehme mal eine Cola. Oder habe ich den Kaffee übersehen? So, hier ist immer noch nichts weiter passiert. Also wir haben, wir haben Cola. Energy. Schokoladenkuchen. Schokolade. Orangensaft. Cola. Schokolade. Soda. Fleisch. Nussschokolade. Erfrischende Soda. Ein Bubblesdrink. Karottensaft. Milchschokolade. Hm. Nussschuels. Hier gibt es keinen Kaffee. Oh Gott. Dieser Busch. Ich dachte gerade, da ist einer. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Einen Kaffee habe ich nicht. Coke und Soda hatte ich schon. Schlafen will ich nicht. Aber was mache ich denn mit meiner Zeit? Oh Gott. Oh. 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 Kaffee. Aber... Oh. Ähm. Okay. Was ist das? Ach, hier ist ein Kaffeeautomat. Wow. Ja, gib mir mal so einen fetten Espresso. Mein Gott. Ja, ja. Ja, klar. So, damit hatten wir jetzt unseren Kaffee. Äh. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir wurden unter Drogen gesetzt. Was war in dem Kaffee drin? Eine Nachricht von Dad. Haben wir die Zeit? Okay. Selbst wenn wir die Zeit hätten, wir können es nicht lesen. Okay, hier haben wir unser Zimmer. Habe ich die Tür? Habe ich aufgelassen? Oh, die ganze Steuerung ist so weird jetzt. Mal den Rausch ausschlafen. Das verwirrt mich alles. Und man ist so paranoid. Man wartet die ganze Zeit drauf, dass was passiert. Und dann denkt man irgendwann so, passiert sowieso nichts. Und in dem Moment, bah, passiert's. Ich war beunruhigt. Denn das Telefon, was nicht gehen sollte, klingelt. Das war der Schrank, ne? was ist es soshirts? Bis dahin? Bis dahin? Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin? Bis dahin? Bis dahin. Bis dahin. Bei uns ist jemand im Schrank Okay, ist es wirklich Joe? Ist das cool, dass wir die Tür aufgemacht haben? Ja, bitte? Habe ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst? Ich habe geschlafen, bei mir ist einer im Kleiderschrank drin. Du siehst aus wie ein kräftiger Typ, du solltest da nachgucken. Achso, Entschuldigung. Er hat Beschwerden, warum wir die ganzen Geräusche machen. Und was auch immer, sorgen sie nur dafür, dass es nicht so laut ist. Ist das der Grund, weshalb deine Augen rot sind? Ach, wir haben die Kaffeemaschine erwähnt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Sie ist gleich dort drüben. Okay, okay. Ich habe genug von euch verrückten Idioten. Ich dachte, wir hätten wenigstens einmal nüchterne Gäste, aber ich schätze, ich bin hier der Verrückte. Folge mir. Ich hasse meinen Job. Das ist halt so Standard irgendwie, ne? Wow. Du bist nicht der Schnellste. Können wir bei der Gelegenheit, kannst du bei der Gelegenheit einmal in den Schrank gucken? Kann ich dich da auch mitnehmen? Wollen wir erst in den Schrank gucken? Ich glaube, ich sterbe, wenn ich die Tür aufmache vom Schrank. Okay, so. Die Kaffeemaschine ist weg. Wieso ist die Kaffeemaschine weg? Jetzt bin ich der Bescheuerte. Wieso ist der Koffer rum auf? Ja, hier, ähm, Joe. Ich, äh... Ich schwöre bei Gott, dass sie genau hier war. Ich sagte, du sollst gehen. Jetzt. Äh, kleinen Moment. Hörst du mir nicht zu? Ich sagte, geh zurück ins Zimmer und bleib dort. Sieh auf dem Tisch beim Fernseher nach. Aha, aha, aha. Okay, wir gucken uns das mal an. Was ist denn da auf dem Tisch? Okay, ich kann nicht mehr laufen. Ich bin scheinbar nicht sehr begeistert davon, in mein Zimmer zu gehen. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht davon begeistert, in mein Zimmer zu gehen. Da ist ja irgendwas bei uns im Schrank drin. Wir sind nicht in der Lage, hier mehr Licht anzumachen. Guck auf den Tisch beim Fernseher, hat er gesagt. Oder meinte er, ich soll Fernsehen gucken. Ne, wir gucken Fernsehen. Superman beschützt uns. Ganz ehrlich gesagt, nicht cool, dass hier irgendwas im Schrank ist. Irgendwie glaube ich, das ist nicht das, was wir machen sollen. Mach mal. Oh, ich kann den Hörer nicht auflegen. Ich habe so Paranoia, ich kann den Film gar nicht genießen. Aber ich soll ja auch nicht aufstehen, ne? Ich esse prevents dazu. Alter. Also, ich weiß nicht ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Nein. Wir machen. Nein. Ich weiß nicht. Nein. Oder nicht anyway. Ich weiß nicht. Ich fühle mich hier so beobachtet Wie lange muss ich denn jetzt den Film gucken? Aber er hat doch gesagt, schau auf dem Tisch Am Fernseher nach Wir stehen mal auf Joe? Joe? Da ist wirklich was bei mir im Schrank. Du musst dann nachgucken. Bitte hab die Tür auf, bitte hab die Tür auf. Das sieht aus, als wäre die Tür zu. Oh nein. Er ist nicht da. Er ist nicht hier. Kann ich hier irgendwas machen? Computer benutzen. Oh Gott. Die Polizei so eine E-Mail schreiben. Sehr geehrte Herr Polizei. Mit Freude verkündige ich, dass ich einen Einbrecher in meinem Kleiderschrank im Motel habe. Ich würde mich freuen, wenn sie sich dessen annehmen und warte auf eine baldige Ankunft. Mit freundlichen Grüßen, ihr Tramper. Ich finde diese Motels sowieso schon... Also gerade diese amerikanischen Motels, ich finde die irgendwie voll creepy. Okay, also der Schrank ist ein Stück auf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist es nicht. Wieso kann ich denn die Nachrichten nicht lesen? Ich bin immer noch besnommen, oder was? Oder weil ich liege? Nee. Ich kann mit den Nachrichten, kann ich nix anfangen. Ich gehe doch jetzt nicht zum Kleiderschrank, oder? Ich lag schon wieder. Okay, ändert nix. Äh. Wir machen nochmal ein bisschen Licht. Ist da einer drinne? Hier ist keiner, ne? Das ist der hellste Raum. Ich glaube, ich schlafe hier. Ich verbringe hier die Nacht. Irgendwie habe ich den Faden verloren, was ich jetzt hier genau machen soll. Also ich habe jetzt den Kleiderschrank betätigt. Ich habe die Glotze angemacht. Ich war hier im Badezimmer drinne. Hier ist auch nix, was ich nehmen kann. Ich schäme mich ein bisschen. Okay, darf ich jetzt wieder ins Bett gehen? Hier ist ja keiner, ne? Aber das ist nicht das, was ich machen soll. Ich verstehe es nicht. Ach so, wegen den... Nee, ich kann die trotzdem nicht lesen. Hier geht gar nix. Hier geht gar nix. Oh, bin ich blöde. Brauchen Wasser dafür. Reicht das hin? Ah. Okay. Müssen nicht extra zum Automaten laufen. Ah. Wunderbar. Augenschärfungstabletten. Wer braucht ne Brille? So, du musst tun, was du... Okay, ist nicht abgelaufen, oder? Hm... Ich habe dir gesagt, zu diesem Flug. Olli, es wird spät, wenn du zurück bist. Hoffentlich geht es dir gut. Mir geht es gut, Papa. Lois, was machst du hier? Oh, du hast nur den Frauensangel an dieser Geschichte. Hier fehlt was, ne? Der mechanische Monster! Schau raus! Hat der ein Foto von uns gemacht? Er steht vor der Tür, ne? Der hat ein Foto von uns. Der ist ja immer noch da vorne. Okay, wenn der Schrank zu ist, muss ich mir angewöhnen, die Schnauze zu halten. Oh, Mann. Er steht bei uns vor der Tür. Absolut merkwürdiger Typ. Ich gehe wieder ins Bett. Nein, das soll ich nicht. Ähm. Der ist halt hier... Ich weiß nicht, was der hier macht. Ich bin mir... Ich bin... Soll ich den aufmachen? Weil er... Er kommt ja nicht rein, ne? Scheinbar. Hallo? Ja? Bitte? Hallo? Ja? Was soll ich tun? Hallo? 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 Wieso sagt er die ganze Zeit Hallo? 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 Hier passiert ja nichts. Ich kann mal lasst ihn jetzt rein. Achso. Warte, 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 warte. Tu nix. Glotze aus. Was sagt er? Also wir sagen, wer ist da? Bitte öffne die Tür. Ich brauche Hilfe. Was willst du? Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte öffne die Tür. Nöp. Das ist dein Problem. Ich weiß, dass du da drin bist. Nein, weißt du nicht. Klopft aber hartnäckig, ne? Okay. Ich gehe jetzt mal in den Kleiderschrank. Okay. Und? Okay. Ich gehe jetzt. Nein, das ist dein Problem. der Lolita baby. Alles okay? Ich gehe jetzt besser wieder. Wie ist das so schlimm? Ich hab kein Ton. Wieso hab ich jetzt kein Ton? Mit was will der Typ denn? Bitte geh! Ich will nur mit dir reden, ich schwöre, dass ich kein Polizist bin. Ja, das muntert mich auf. Ich bin total erleichtert, dass du kein Polizist bist. Also ich hatte schon richtig Angst. Ne, das ist ja... Ist das denn vor der Tür oder wer will das schon? Bitte geh oder ich werde die Polizei anrufen. Das ist gut, ich bin total. Soll ich mir das nicht? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Tommy mit seinem Auto angekommen Ich bin dann nie wieder auf lange Autofahrten gegangen Ich bin danach nur noch mit dem Flugzeug geflogen Das war's Und der Manager hat den einfach mal K.O. gestern Oder umgebracht und im Wald verschachert Äh, um den Ruf nicht zu gefährden Ja, na gut Das war die zweite Episode Von Fear of Faith Ich hoffe, ihr seid bei Als drittes Hätten wir das Carson House Ne, ich hoffe, ihr seid beim Carson House Mit dabei Schaltet sehr gern wieder ein Wie gesagt, die erste Folge hab ich ja verlinkt Wer's verpasst hat, die erste Folge legendär So Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag Bis dahin, macht's gut Ciao 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 Ciao